Hi! Alles gut? Dieses Video wird dich deinen Namen vergessen lassen. Man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat, aber man vergisst niemals, wo das Ball legt. Ich werde dir in diesem Video einen überragenden Trick zeigen, der dich deinen Namen vergessen lassen wird. Der Trick funktioniert aber nur bei wenigen. Vergiss bitte nicht, dieses Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren. Und die Glocke dabei zu drücken. Damit ich weitere fantastische Videos für euch machen kann. Danke! Ich küsse deine Hüfte. Bereit? 3, 2, 1 Hast du deinen Namen vergessen? Falls nein, hast du ein ausgeprägtes Gedächtnis? Schreib mir in den Kommentaren. Tschüssi! Stimm演ierens Dramatische